Herrlicher Tag heute, oder? Ja, super. Wahrscheinlich einer der letzten schönen sommerlichen Tage dieses Jahr. Kaum Regeln. Noch eine großartige Entscheidung, den letzten schönen Sonntag dieses Jahres am Wasser zu verbringen. Ja. Und endlich den Kühlschrank. Ich freu mich. Kotti, kannst du mir mal bitte das Getränk aus dem Auto reichen? Wenn ich's finde? Warte. Willst du? Ja, ich halte. Da die Cola vielleicht. Die ist leer, aber man hat die Badeleisch. Die ist auch leer. Ach, dann füll die einfach mit Wasser auf. Es ist kaum noch was da. Bist du verrückt? Okay, wir müssen spaßig sein, also richtig. Ja, das ist, weil das Wasser so, ne? Ja, das Wasser sieht. Ja, das Wasser sieht. Ja, das ist, wenn du jetztest. Ja! Ja, das ist ja total sicher, das Wasser está. Das variable ist, weil du schon natürlich. Ja, Motherfucker und Free coaster- data. Das hat die